ach so du brauchst glas ja glas und hier machen wir auch glas hin dass man hier noch die schaltung sieht ja genau ja gut okay dass die monster noch sehen wer was sie tötet ich hab hier glas in der hand wo muss es hin ja hier ja auf der höhe hier auf diese höhe da da hier ich muss weg wenn es geht dann ja hier da da oben drauf auch hier einfach bis dahin hin wenn ich um nix mehr näher schaut auf die meine neue hose sieht ja aus ich habe eine rote ich habe meine hose aber mir habe ich schon noch eine echte rote hose ich habe jetzt noch der der eisenhahn ich hat nur noch 15 schläge dann oder was auch immer das ist dann kann ich doch den verbrauchen dann doch wie lasch ist in der scheiß bogen hier bei mir ist die spinne mit einem schuss daun okay so videoverarbeitung ist noch bei 95 prozent wird wohl heute nix mehr mit der folge also ja hochgeladen hochgeladen ist es ist verarbeitet heute noch ich war nicht mal dieser monster töten wenn ihr immer wieder sehr niveauvolle sachen durch facebook grad warum guckst du jetzt aus facebook keine ahnung habe ich einfach mal gerade gemacht werden ich gepennt habe ach ja passiert ja sowieso nix außer es explodiert ein creeper neben mir während ich im bett liegt aber das sieht man ja dann sowieso ja ihr kommt da nicht raus ne blöde viecher also gut dann hole ich mal schnell das glas ab ich wünschte ich hätte eine mod mit der ich schneller rennen könnte ich habe mir vielleicht jemand sagen wieso war unter wasser warum es unter wasser immer hell ist wenn sonne rein scheint also hier scheint der reichern nein nein das kann mir keiner sagen das meine ich das vielleicht weiß es ja jemand ob das jetzt immer im schädel drin ist oder nur in dem schädel vielleicht weiß jemand wann das scheiß plug-in von dem in schaden und führten geupdatet wird ganz ehrlich das naft langsam schreiben doch an und frage ob man es wichtig ist doch noch neun blöcke ist so schön lang warte ich jetzt mal hier das haus ist nicht geladen jetzt ist der turm geladen oder was auch immer das heißt warum habe ich keine werkbank ähm keine ahnung brauchst du eine jetzt muss ich immer zurück rennen und wenn ich was machen will darf ofen brennt der ofen er brennt und brennt das glas zu sein äh jetzt ist ein bisschen was komm mal schnell du hässlicher ofen die sollen es endlich einbauen dass das schneller geht übernacht oder was ich nehme mal ne kann ich ihn mitnehmen ich schmeiß mal in deinem haus ein bisschen knochen und ich nehme mal deine crafting box mit wir haben genug crafting boxen in der kiste wir haben genug kisten in der kiste ja ist gut sind auch kisten drin also in der kiste also in der kiste also du meinst das in der in den kisten die in der kiste sind kisten sind genau ach so ja ja das geht gut hier fällt mir aber unter mit dass ich noch blöd aus aber da geht es nicht jetzt muss ich ja auch nur so schön so dann haben wir wieder zwei steaks glas und mal eben wieder ein paar xp geerntet dann kann man auch herrn hier ist ja dann glase kann man dann gucken ob es funktioniert so genau also jetzt schmeißt ihr knochen in mein haus wie unhygienisch weiß die gefälligst beim dominik er sei mir zu fällig genau fünf meter gegenüber ist dir zu weit weg jaja ja erzähl mir keinen ja ist aber so erzähl mir keinen ja äh 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 ist nicht so das sind alles nur faule ausreden ist so so ich muss hier wieder ins mikro rein ich will das jetzt nicht mehr so haben wir spitzgeschick so so hier ist das glas so dann läuft man hier rein was ist eigentlich glas lust aber stell dich mal da wo es gelät hin ist rein wenn das geht bitte das geht bestimmt ich will mal wissen ob das mich überhaupt trifft treffen kann oder besser gesagt ja weil irgendwie sieht das mir hier ein bisschen niedrig aus ich weiß nicht aber alles war ja so so hier können wir aber kein glas hinbauen weil da ein schild ist noch das schild kannst du weg machen das war nur damit das was nicht weiter fließt gut da mal bitte rein können wir hier hoch können wir hier hin und dann hier beim schalter da rein bitte jetzt schießen wir ja versuchen mich nein nicht bringen wenn du nicht springst oder springt das auch das skelett springt weil es immer versucht zu schwimmen im wasser dann trifft es ja dann trifft es dann trifft es ab es driftet voll so wie jetzt hierbei nicht ihr solltet es dir jetzt nicht zumachen das bringt ja nix was zumachen nicht aber ich brauche das glas jetzt nicht mal ich habe so ein scheiß im inventar das gibt es nicht das weg das weg ja ich auch ich habe auch schon wieder spinnen auge im inventar schlimm ne hier müssen wir jetzt auch eine crafting box hinstellen können wir schön tarnen unter der treppe so die sieht man aber voll ja und gibt es glas her die fliegel ist er wie er noch mehr b ich brauche ja auch noch ein bisschen was weil du noch glas in der hand hat aber der typ verbraucht so viel essen beim sprinten das ist echt wahnsinn und für mich als ich wusste noch was ich bin 2 x 2 2 x 1 ein block hoch zwei blöcke breit ja mal eins ja also 2 x 2 mein ich schon zwei blöcke breit dann ach so ich habe gedacht ja ja dann ja dann gucke ich jetzt einfach mal hier schon schön weil ich gerade lust dazu habe ich schaue mir einfach mal bei der arbeit zu ich hoffe ich mache das jetzt richtig völlig entspannend im kino modus mit einer rose im vordergrund ja so so ist das schön kannst du noch holz mehr geben die h h 33 dann ist aber auch wieder schluss mit der fahrt stadt bis 60 du müsstest jetzt weg so dann machen wir einfach wie weit machen wir denn das weg ähm gut wie weit soll das weg sein dass es noch nicht zu nah ist ja es ist gut jetzt geile Mucke was dass es nicht zu weit weg ist ja halt dass die Monster dann ähm ja dann machen wir das dann von hier 8 Blöcke weit weg eigentlich 5 6 7 8 kommen aber drei mal drei Augen wenn man nicht muss so wieder Geld ist komisch sobald wir aufnehmen muss ich gehen echt ist das kurz mich an und dann muss ich in die Reihen der Händler noch gar nicht müde du bin nur noch gar nicht müde der Händler was gerade mal 10 nachts na gut morgen ist das Samstag da kann man mal nachts und 10 aufnehmen das kann man schon mal machen ja nur Samstag mehr freitags und Samstag 2 3 4 5 6 7 8 genutzt zum Glück habe ich jetzt noch einen Einladen hier hat noch einen Eimer Eimer Einer Eimer 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 das ist Wasser Eimer 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 es ist der Eimer von Groove Hit Song Remix 2100 Eimer 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 weil ein Eimer bist du von Eimer 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 wie heißt es die eigentlich weiß ich grad gar nicht was für die das wo hier grad läuft Scheintech das ist Techno das ist Eimer Techno 2100 Millionen bam 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 ich bin ein Monster Hilfe was kommt da eigentlich dann hin das ist die Zerstörungsmaschine für alles was es existiert wollen wir eigentlich den Schacht wo die nach unten sausen auch aus Glas machen oder aus welchem Material bauen wir den Egal zu ihr aus ich glaube ja was aussuchen das ist ja alles aus und ist immerhin eigentlich ja was hast du bauen wolltest deswegen ja ich wollte es bauen und du musst es machen ich fahre mir mal ein bisschen Sand ab und bin ich schon wieder voll für den Fall der Fälle dass wir hier ein bisschen Sachen brauchen Sand ist jetzt nicht so wichtig ja für Glas weil das Ding wird riesig hoch das muss ja klar und sich doch immer weg sein wir wollen ja sehen wie sich die Viecher da unten schön aufs Maul legen ja auf die sich so auf dem Maul legen mit dem Wasser hier weiß ich jetzt gar nicht in der original Map ja schon ja nicht mal hier ist ja Wasser und eigentlich bei einem Hochwasser bei 25 Blöcken stützt du nicht komm ich kann es ja mal testen also sie sollen sowieso nicht sterben ich meine nur ich mache es einfach mal hier also das Wasserblock lasse ich jetzt mal weg und dann gut doch mehr als ich gedacht habe 3 4 5 6 hat am Anfang nicht so viel ausgesehen 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 25 so das sind 25 Blöcke Hallo warte 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 ja hast du hoch gebaut gut hier ist dann nicht so unerlich also auf diesem Blöcken ob ich es aber je wieder abreißen kann den Erdblock hier hm aber so will ich den Erdblock nicht mehr abreißen können weil ich hier oben hin siehst du und jetzt springe ich hier runter ist es eigentlich jetzt bei dir hier hell bei mir hier oben ja gut dann springe ich jetzt runter Achtung ok man überlebt das gut ohne Schaden die die da aufkommt die die da aufkommen weiß ich gar nicht weil da ist ja dann zu Ende hier da ist der Fallschacht zu Ende also da das ist der Fallschacht aber du könntest das Wasser auch weiter nach hinten ziehen brauchen wir nicht die müssen ja nicht Schaden nehmen dann dauert es halt länger bis der Krieger gripiert war ja hau ab ja dann hau ich halt ab aber doch nicht aus Erde ja dann gib mir was anderes ey ne 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 ich hab noch Glas ja nur 40 so 2 shot down zack erstmal hinlegen und pennen weiß weil es schon wann muss ja der Mitarbeiter auch mal schlafe ja irgendwann alter ich sag nix mehr dazu nichts mehr sag ich dazu sagst du doch grad ja ne ich lass es aber dann darfst du gar nix mehr jetzt länger ja ne dann sag ich halt gar nix mehr so hast du davon ne ja hast du davon wir hatten einen schönen Kiesweg hier gelegt ich nicht ich auch nicht ja dann du hast wieder ich wir hatten das ganze Glas hier gebaut ja aber ich rede vom Weg weil was nützt es wenn du es hinbaust aber man nicht hinkommt da kommt man ja ja aber was ist wenn du unterwegs von dem Skelett totgeschossen wirst wirst du ja sowieso ne eben nicht so ich hätte gerne Glas ja dann musst du noch ein bisschen gedulden weil der Ofen der brennt halt auch nicht schneller ne so was mach ich in der Zwischenzeit Holz holen das wird zum Beispiel eine sehr gute Idee weil ich hab noch 38 Glas und dann kannst du den Turm weiterbauen das kann ich machen dann mach das ja mach ich auch mach ich auch mach ich auch du hast noch gar keinen Schaden gekriegt von dem Fieber blub 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 so wunderbar Glas brennt schon mal das ist sehr schön blub 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 Vielen Dank.